Die Juden müssen vernichtet werden. Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann, kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Diesmal bist du zu weit gegangen. Der Beweis dafür, dass wir anfingen, die Juden zu verlieren. Ich habe ihre Bilder gesehen. Du wolltest, dass ich mich aufrede! Genau wie alle! So lange ich bin! Komm schon! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.